Hallo und herzlich willkommen auf Deutschlands ersten Maler- und Lackierer-Podcast, die Chronik eines Malermeisters. Gesprochen von mir, Malermeister Max Thiede. Und heute geht es in das Thema Praktikum. Übrigens, Mehrzahl von Praktikum Praktikar. Für die meisten, die es nicht mehr wissen oder noch nie wussten, Praktikar Mehrzahl. Okay, dieses Thema haben wir jetzt also auch beendet. Bis zum nächsten Mal. In Sachen Praktikum, ja, ihr seht es schon am Titel, ist oder warum ist das Praktikum Pflicht, beziehungsweise warum das Praktikum Pflicht ist, gerade bei uns. Du kannst, ich weiß nicht, wie du die Sache siehst, vielleicht bist du auch Meister oder Altgeselle oder auf jeden Fall selbstständig. Und ich weiß nicht, wie du die Sache siehst, aber Menschen können sich für eine bestimmte Zeit verstellen. Sie sind also so, wie sie eigentlich gar nicht sind. Das ist so dieses, ja, sie könnten auch extrem extrovertiert sein, sind aber mehr eigentlich introvertiert. Und gehen dir vielleicht aber auch so ein bisschen auf den Sack denn, wenn sie normal wären. Oder, ja, oder sind zu, zu introvertiert und sind eigentlich in dem Fachbereich, wo du tätig bist, vielleicht dann in der falschen Position. Ja, du hast eigentlich sehr, sehr viel mit Menschenkontakt zu tun, hast aber einen sehr, sehr introvertierten, der in der ersten Zeit vielleicht sehr extrovertiert ist und perfekt für die Sache. Aber eigentlich ist er mehr so introvertiert. Oder eben das typische Beispiel andersrum. Ja, du hast eigentlich mehr so einen introvertierten, schüchternen, wo du denkst, okay, der ist eigentlich nicht so für den Job, ja, gemacht, ja, denkst du. Und eigentlich ist er aber mehr extrovertiert, wenn er mit Freunden rumhängt oder so. So dieses kleine Verstellen. Wie dem auch sei, Menschen können sich verstellen für eine bestimmte Zeit und ein Praktikum dauert bei uns immer so drei Wochen. Drei Wochen, denken wir, ist jetzt schon so ein Zeitraum, wo man sich nicht so krass verstellen kann. Wenn doch, dann gibt es ja immer noch die Probezeit, ja, dann kann man da immer noch gucken, ob man zueinander passt. Und das ist der nächste Punkt. Du willst ja auch herausfinden, passt der eigentlich zum Team oder die, passt der oder die zum Team? Ähm, wie ist die Chemie, ja, passt, passen wir auch für die Person, die kommt, ja, also ist das ein gegenseitiges Beschnuppern, wenn du so willst, ja. Passt das für beide Seiten, ja, sind beide Seiten zufrieden mit dem Umgang auch, ja, ist ja auch so ein wichtiges Thema. Ähm, Respekt, Ähm, Respekt, Anerkennung gegenseitig, gegenseitig, muss sein, ja. Also du kannst nicht von deinem Praktikanten verlangen, dass der extrem viel Respekt hat und du behandelst ihn aber wie einen Haufen, ja. Einen Haufen, ne? Und, äh, du weißt schon, und, ähm, das, das funktioniert nicht, ja. Es muss beiderseitiger Respekt da sein, wirklich beide Seiten, ähm, es geht auch nicht, dass du eine Menge Respekt hast vor dem Typen oder, ja, die Person, die kommt und, ähm, ja, die behandelt dich aber wie, als wärst du der Lakai von dem Praktikanten. So, und das funktioniert auch nicht und deswegen muss man da gucken, wie passt man zueinander und deswegen gibt es bei uns zum Beispiel dieses, äh, diese Praktikumpflicht. Es sei denn, wir kennen die Person schon seit Jahren und die möchte gerne bei uns anfangen und wir haben die Kapazitäten dafür und wir wissen, ja, wir passen gut zusammen. Es gibt, wie gesagt, immer noch die Probezeit, wo man dann auch noch entscheiden könnte, ja, okay, ähm, haben wir uns eigentlich besser vorgestellt oder was auch immer oder wir passen einfach nicht zusammen. Ja, das gibt es ja auch, so, es gibt ja verschiedene Menschentypen und manche Menschentypen können sich nun mal nicht ab, so, und deswegen, oder mit bestimmten Sachen und du, ähm, erklärst etwas zum fünften, sechsten Mal und das ist ja an sich auch nicht so schlimm, aber irgendwann muss es nun mal greifen, irgendwann muss es nun mal umgesetzt werden und wenn, äh, die Person immer das macht, was sie gerade denkt, anstatt das, was du gesagt hast, als Vorgesetzter, dann geht das natürlich auf lange Sicht auf jeden Fall auch nicht. Ja, und deswegen gibt es bei uns so dieses Praktikum oder Praktikumspflicht, ähm, es ist immer cool, wenn du zum Praktikum kommst, dass wir dich an die Hand nehmen und dir mal Sachen zeigen, ähm, die, ja, normale, beziehungsweise, ähm, Laien jetzt nicht so drauf haben und, was ja auch völlig normal ist, ja, als Fachbetrieb und als Meisterbetrieb, so, aber bei uns wird der Praktikant an die Hand genommen, ja, da wird der, da, da darf, soll der nicht nur zugucken und danach den Dreck wegmachen, sondern der soll mal mit tapezieren, ja, wir haben jetzt gerade einen Praktikanten und der macht tatsächlich jetzt sein zweites Schülerpraktikum bei uns immer noch und das fände ich cool, weil der hat beim ersten Praktikum bei, ähm, bei einer anderen Malerfirma hat er wirklich nur die Drecksarbeit gemacht und hat sich trotzdem, und das muss man ihm hoch anrechnen, trotzdem dafür entschieden, in einer anderen Malerfirma nochmal ein Praktikum zu machen, um mal zu gucken, ist es anders oder werde ich nochmal genauso behandelt? wird es genau das gleiche nochmal passieren und das wirklich, wirklich rechne ich ihm hoch an, davor habe ich großen Respekt, weil manch anderer hätte vielleicht gesagt, oh, ja, dann werden wahrscheinlich alle so behandelt und dann, wie soll nur die Ausbildung aussehen, wenn ich nur so behandelt werde und ich mache das lieber nicht, das ist anscheinend nichts für mich, auch so dieser Umgang. Ja, aber dass der Umgang vielleicht woanders besser ist und dass du dann mehr lernst, dass du da gleich von Anfang an richtig an die Hand genommen wirst und du alles darfst oder einen sehr großen Teil darfst, was vielleicht erst im zweiten Lehrjahr eigentlich rankommt, dann wirst du vielleicht auch gleich rangeführt, weil es nun mal gerade dran ist, ähm, auf der Arbeit, auf der Baustelle, dann ist das doch umso cooler, oder? Das macht doch einen geilen Eindruck, ähm, wenn du schon Sachen, Sachen machst, die eigentlich, äh, der Azubi oder was auch immer, ähm, erst im zweiten Lehrjahr so, ähm, grundsätzlich lernt oder rangeführt wird und ich glaube, das macht einen ganz großen Eindruck und, ähm, da möchtest du oder weißt auch, dass du dann einen ganz, ganz großen Teil lernen kannst oder was fürs Leben lernen kannst auch. Und deswegen, Praktikumspflicht, ja, um zu gucken, schnuppern, ist alles cool mit uns beiden, passen wir gut zueinander, ist dieser Beruf überhaupt was für dich, denkst du, ähm, du hast zwei linke Hände und stellst dann aber fest, ey, du hast eigentlich zwei rechte, so weißt du, oder, ja, andersrum, das ist, also das, was der Praktikant auch für sich mitnehmen kann, ist Handwerk überhaupt was für mich oder ist Handwerk was für mich? Ja, aber Maler, also passt vielleicht dann doch nicht, okay, ich geh mal zu einem, ähm, Schreiner oder ich geh mal zu einem Tischler, zu einem Maurer und guck mal, was, was mich wirklich interessiert. Uhrmacher, Meister ist übrigens, ähm, ist, ähm, ist, äh, auch ein, äh, auch ein Beruf im Handwerk oder, ähm, Vergolder, Vergolderin, richtig cooler Beruf. Ja, ja, muss man gucken, welche Richtung möchte man da gehen, möchte man eher in die Veredelung, in die Luxussachen, möchte man, ähm, auf den grundsätzlichen Baubereich, möchtest du, ähm, Innenausbau eher, wie jetzt zum Beispiel wir im Maler, möchtest du von Boden bis Decke alles einmal behandelt haben, ja, das machen wir, Boden machen wir auch, das wissen die meisten nicht, das kommt zum Beispiel auch in der Ausbildung ran, ja, und, äh, und, äh, Fassadenarbeiten machen wir im Sommer, ähm, von Fassade reinigen bis zum Endanstrich, äh, von der, von der dekorativen Gestaltung, ähm, bis hin zum Dachkasten streichen, Außenbereich und so, äh, ist, ähm, echt eine Menge drin, wir machen auch kleine Fliesenarbeiten, also kleine Fliesenarbeiten machen wir auch und so und da, da kannst du halt echt eine Menge für dich mitnehmen und dann zum Beispiel für dich zu Hause einfach mal so Hobby-mäßig kannst du es ja natürlich auch anwenden, wenn du, ähm, ähm, zum Beispiel umziehst in eine, in eine Bude, wo du wirklich langfristig lebst, das ist wieder ein anderes Thema, ja, dann kannst du ja natürlich auch ein bisschen mehr für dich machen, ähm, musst es nur am Ende wieder zurückbauen, falls es nicht akzeptiert wird, ähm, das ist so wieder ein anderes Thema, ähm, aber grundsätzlich, du lernst echt, echt eine Menge fürs Leben dazu und ich finde, im Praktikum sollte das schon dort anfangen, ja, du kannst einen nicht Direxarbeit machen lassen und dann erwarten, dass er sich vielleicht noch bei dir bewirbt, um eine Ausbildung zu machen, der denkt doch, die Ausbildung wird genauso laufen, ja, also bring denen was Vernünftiges bei, was fürs Leben, ähm, vielleicht ein, zwei Fachbegriffe, das kommt auch geil an, ja, und dann weiß er schon, okay, mit denen werde ich bestimmt gut sein über Jahre, äh, da werde ich, äh, da kann ich auf jeden Fall eine Menge lernen, das will ich, okay, ich bewerbe mich und bei uns hat sich der Praktikant zum Beispiel, der macht jetzt, der macht jetzt sein, sein zweites Praktikum bei uns, ist jetzt in der zweiten Woche von drei und der hat sich schon nach seinem ersten Praktikum bei uns beworben auf den Ausbildungsplatz, er hatte aber noch eine Pflicht, ein Pflichtpraktikum und deswegen hat er sich dann auch gleich bei uns beworben für das Praktikum. Siehst du, und so, äh, holst du zum Beispiel auch, ähm, angehende Gesellen beziehungsweise Azubis in, in dein, äh, Beruf, in deine Firma und das fängt schon beim Praktikum an und du musst einfach interessant sein, du musst Wissen vermitteln von Anfang an, ähm, Kenntnisse, Fähigkeiten, ähm, musst du vermitteln, damit du spannend bleibst, damit du zeigst, ey, guck mal, bei mir kannst du was Cooles lernen, du musst Spaß, spaßig sein, du musst Spaß haben, zusammen, du musst dir Spaß haben, ja, an der Sache und dann wird es auch was, ja, aber wenn du nur die Scheiß, ja, Scheißdrecksarbeit erledigen, äh, lässt, dann wird das nix, dann brauchst du dich auch nicht wundern, ich mach doch Werbung und es kommt keiner und, und keiner will bleiben oder was auch immer, ja, brauchst du dich nicht wundern, okay? So, das war jetzt der Klartext in Sachen Praktikum und du kannst mir ja gerne deine Meinung mal in die Kommentare schreiben, ähm, ist Praktikum bei dir auch Pflicht oder übernimmst du auch Quereinsteiger, ähm, kannst du alles gerne in die Kommentare schreiben, ich lese mir jeden Kommentar durch und, äh, antworte auch auf die meisten und, ja, das möchte ich so viel zum Praktikum schon mal sagen, jo, ich bin gespannt auf deine Meinung, wir hören uns beim nächsten Mal, ich freu mich aufs nächste Mal, bis dann, ciao, ciao!